Ich mache mir gemeinsam, den Jodler gehört von Sepp Oberhüller. Und zwar geht die Hauptstimme eigentlich immer gleich, und zwar so. Hollari, hollaro, hollarei, tuldio, hollari, hollaro, hollarei, tuldio. Das wiederholt sich und kriegt dann noch einen anderen Schluss. Hollari, hollaro, hollarei, tuldio, hollari, hollaro. Das war schon das Ganze. Machen wir das gleich einmal gemeinsam. Hollari, hollaro, hollarei, tuldio. Hollari, hollaro, hollarei, tuldio. Wunderbar! Wenn das zu wenig ist, dann kann der gleich die Überstimme dazu probieren. Die beginnt nach vier Takten, also die ersten vier Takte ist die Hauptstimme allein und dann kommt die Überstimme dazu. Ich singe jetzt gerade einmal die ersten vier Takte von der Hauptstimme und dann singe ich in die Überstimme rein. Und jetzt kommt die Überstimme mit dem selben Ton. Die sind alle nochmal gleich gemeinsam. Und jetzt geht es nur einmal weiter. Machen wir mal nur diesen ganz hohen Teil gemeinsam. Super, dann hören wir mal gleich, wie das gemeinsam klingt, die zwei Stimmen. Hollari, hollaro, hollarei tullio. Hollari, hollar, hollarei tullio. Hollari, hollar, hollarei tullio. Hollari, hollaro. Wunderbar! Und wenn euch das noch zu wenig ist oder ihr mehrer Leute daheim seid und ihr sagt, wir brauchen da noch eine dritte Stimme, die gibt es auch noch. Und zwar fängt die dritte Stimme mit der Überstimme an, gleichzeitig und geht dann, wenn die dritte Stimme ganz nach oben geht, in eine Mittellage rein. Und zwar, ich singe jetzt einmal von da weg, wo die Harchenstimme anfängt. Hollari, hollarei tullio. Bis daher sind die zwei Stimmen noch gleich und dann kommt die Mittelstimme etwas tiefer dazu. Hollari, hollarei tullio. Hollari, hollar, 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 hollar. Und dann hören wir gleich, wie das dreistimmig klingt. Hollari, hollar, hollarei tullio. Hollari, hollar, 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 hollar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Jodeln noch haben.